Na, wie ist dein Plan? Machst du den Emma Wegdienst heute Morgen? Ah, die Emi ist ja schon wach. Da sind ja schon Cookie-Augen. Cookie-Knop-Augen. Hast du schon ein bisschen Guten-Morgen-Kino hier? Ja, genau, da ist es. Das nächste Rum-Tippel-Ding. Gipsi, hallo. Na, hast du Spaß? Spaß an so frühmorgen? Spaß an so frühmorgen? Nee, ich will dann selber essen gehen. Ich selber essen gehen. Monty hat wieder Morgen-Hustoritis. Du hast die Schwester-Vogel? Das geht ja doch. Na gut. Ich gehe mal meinen Kaffee trinken, ne? Ihr macht hier schöne Sachen miteinander. Ich würde es schön finden, wenn dieser Vogel noch mal schlafen geht. Vorzugsweise nicht bei mir. Der Emi, kann ich dir nicht versprechen. Schauen wir mal. Schauen wir mal.